Hallo von Schöne Aluminiumboote und herzlich willkommen zu unserem ersten moderierten Video. Wir überführen gerade einige von unseren Booten als Ausstellungsboote zu Maximus Abenteuer, ein Teambuilding- und Abenteuer-Eventveranstalter in Elmhorst-Lichtenhagen. Wir haben uns gedacht, dass wir den Kanufreunden Rostauer Greif im Gaffelschonerweg auf der Holzhalbinsel einen Besuch abstatten. Der Hintergrund dafür ist folgender. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon gezeigt, dass unsere Boote mit einer Länge unter 4 Metern sowohl hervorragend für den motorisierten Einsatz geeignet sind, als auch zum Rudern. Aufgrund ihrer Leichtbauweise eignen sie sich dafür, zu zweit problemlos auf einen Trailer gehoben zu werden. Sie können auf einem Autodach mitgeführt werden, wenn dann ein Dachgepäckträger vorhanden ist. Und selbst von einer Person können sie unter Verwendung von Sliprädern zu Wasser gelassen werden, selbst wenn ein Motor sich an dem Boot befindet. Heute wollen wir mal gucken, ob unser 310S, ein Boot mit einer Länge von 3 Metern und 10 Zentimetern, und einem einfachen Boden, motorisierbar bis 10 PS, ob dieses Boot sich dafür auch eignet, in den Trainingsbetrieb der hier aktiven Sportler integriert zu werden. Dafür gehen wir jetzt mal auf den Steg. Wir sind jetzt hier auf dem Steg der Kanufreunde. Hier neben uns befindet sich Paddlerin Friede Rieke, die sich das Boot schon mal geschnappt hat und eine Weile schon testet. Gehen wir mal hin. Friede, wie schwer ist das Boot jetzt, mit dem du trainierst? So 60 Kilo circa. Und wie lange trainierst du jetzt schon? Zwei Stunden. Okay, und deine Meinung, wie findest du das Boot? Bisschen zu leicht. Tja, leider fürs Drachenboot zu leicht, aber wir kriegen das Boot ja glücklicherweise auch etwas schwerer gebaut mit ausgeschäunten Innenboden. Beide Varianten können wir auch 60 10 Meter länger bauen als 3,70 Meter Boot. Und ganz allgemein sind wir durch unsere 100%ige Eigenfertigung aus Rohblechen und Rohprofilen ja in der Lage, flexibel zu sein und maßgeschneiderte Aluminiumrümpfe nach Kundenwunsch zu bauen. Ansonsten denke ich mal, oder gerade deswegen denke ich mal, wird auch für die Kanufreunde sich irgendwas finden lassen. Euch einen schönen Tag wünschen. Die Jungs von schönen Aluminiumboot. Die Jungs von schönen Tag. Die Jungs von schönen Tag. Die Jungs von schönen Tag. Vielen Dank.